Wir haben nun eine ganze Serie von Videos aufgenommen zum Thema Psychoneuroimmunologie mit Prof. Hockertz, unserem Spezialisten, zu diesen Themen. Es gibt über die drei Bereiche Videos, die könnt ihr euch anschauen. Hier geht es jetzt darum, diese drei zusammenzubringen. Psychoneuroimmunologie. Also es geht um die Psyche, um das Nervensystem und um das Immunsystem. Irgendwo macht es doch keinen Sinn. Was hat das miteinander zu tun? Oder konkret gefragt, die Psyche und das Nervensystem, wie hängt das mit dem Immunsystem zusammen? Ja, ich glaube, dass wir uns der ganze Frage nähern sollten, indem wir den Menschen als Ganzes betrachten. So schön, wie wir mal sagen, ganzheitlich. Und wenn wir uns den Menschen ganzheitlich anschauen, dann stellen wir fest, dass wir diese drei Makrosysteme in ganz, ganz enger Verbindung zueinander stehen. Das sind so Erfahrungswerte. Und so ist das zunächst einmal ja auch entstanden, dass man sich über Psychoneuroimmunologie beschäftigt hat. Wenn man sagt, ich fühle mich völlig gestresst, Psyche, und plötzlich bin ich empfänglich für Infektionen im Immunsystem. Es nervt mich oder meine Nerven sind besonders belastet. Dadurch habe ich einen psychischen Druck und mein Immunsystem funktioniert nicht mehr richtig. Oder andersrum. Ich bin über beide Ohren verliebt. Mein Partner ist erkrankt. Ich kann trotzdem mit ihm umgehen. Ich werde nicht krank, weil ich psychisch und neurologisch mich auf einem Höhenflug befinde, weil ich ja verliebt bin. Das ist bekannt. Das sind Untersuchungen, die gemacht worden sind, wo man gesagt hat, es gibt ganz offenbar eine ganz enge Verbindung zwischen diesen drei Makrosystemen. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht gäbe. Wenn es so wäre, dass sie im Körper sozusagen unabhängig voneinander agieren würden, das wäre unnatürlich. Und so wissen wir eben heute, dass mit einer funktionierenden Psyche, mit einem funktionierenden Nervensystem, das Immunsystem sehr gut funktioniert. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu aus den 60er Jahren, wo Wissenschaftler das an Tierexperimenten auch zeigen konnten, dass das Immunsystem ganz klar von psychischen Bereichen oder von einer psychischen Veränderung verändert und kontrolliert wird. So ist es tatsächlich so, dass, wenn wir es ganzheitlich betrachten, PNI eine Wissenschaft ist, die diese drei Makrosysteme zusammenbringt. Und wir daraus natürlich auch lernen, dass ein gut aktiviertes Immunsystem, also mit einem Immunaktivator, worüber wir gesprochen haben, gar nicht so gut ist, wenn wir die Psyche vernachlässigt haben, dass die Psyche nicht so toll sein kann, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Und das Gleiche gilt für Hormone und Nervensystem, dass auch diese sozusagen immer in einer engen Interaktion stehen. Das klingt alles so logisch. Aber warum weiss man das erst seit kurzem? Ich habe diese Zusammenhänge damals im Studium nicht gehört. Also wir wissen das schon länger. Es ist allerdings in der Behandlung oder in der Stärkung von Menschen bisher leider nicht aufgegriffen worden. Man hat sich immer wieder an Monosubstanzen und damit an Monowirkungen aufgehalten. Die Frage war, wie können wir die Nerven stärken? Das ist eine Frage. Was können wir tun, unser Nervensystem in Ordnung zu bringen? Oder ganz davon gelöst, wie können wir die Psyche stärken? Oder es gibt einen Riesenmarkt für die Stärkung des Immunsystems. Und ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, auch durch das, was wir in den letzten zwei Jahren erleben, wo wir sehen, dass Menschen unter ganz hohem psychischen Druck stehen, dass sie parallel dazu Infektionen entwickeln, die außergewöhnlich sind, die wir so noch nicht gesehen haben, dass sie neurotoxische Substanzen, dass sie neurotoxische Situationen zeigen, die uns auch unbekannt sind. Und nun langsam lernen wir, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Zu wissen, um die Psychoneuroimmunologie ist das eine, sie anzuwenden. Das ist das Neue. Das ist tatsächlich neu. Und ich selbst arbeite an dem Thema seit 20 Jahren. Und du kannst mir glauben, ich bin manchmal verzweifelt, in den Gesprächen mit Pharmaunternehmen, ihnen beizubringen oder ihnen es näher zu bringen, dass wir, wenn wir das Immunsystem alleine stärken, nur den halben Weg gehen und nicht den ganzen Weg. Den ganzen Weg nur gehen können, wenn wir alle drei Makrosysteme uns anschauen. Hast du den Eindruck, das sei in der Medizin angekommen? Oder ist da das Gleiche wie bei der Industrie? Ich denke, dass wir in vielerlei Bereichen die Diskussion angestoßen haben mittlerweile. Letztendlich auch durch die Geschehnisse der letzten zwei Jahre, dass man sich mehr Gedanken macht darüber, wie es denn um den gesamten Menschen bestellt ist. Und dass es keinen Sinn macht, hier sich immer nur ein System herauszugreifen und sagen, wir behandeln jetzt einmal das Immunsystem und alle anderen Systeme drunter fallen zu lassen. Ich denke, das kommt in der Medizin an. Es ist noch ein langer Schritt, bevor das tatsächlich als Arzneimittel auf den Weg gebracht wird. Das hapert schon häufig daran, dass mich dann die Unternehmen fragen, ja, wie können wir PNI eigentlich messen? Es muss ja alles gemessen und bewiesen werden. Und in letzter Konsequenz können wir es nur messen durch sich wohlfühlen. Also Quality of Life ist der wissenschaftliche Begriff dazu, den Wohlfühlknopf zu finden. Und das können wir nur, wenn wir uns alle drei Systeme genau anschauen. Wenn du jetzt Gespräche führst mit der Pharmaindustrie, geht es darum, Medikamente zu entwickeln, die alle drei Bereiche gleichzeitig abdecken. Richtig, das ist genau das Ziel. Aber da kann ich mir was nicht vorstellen, die sind ja so verschieden. Nun ja, das ist aber genau das Ziel, was ich seit 20 Jahren verfolge und suche. Und zu sagen, es macht wenig Sinn, wenn wir es nacheinander bearbeiten, sondern wenn wir diese Wohlfühlsituation haben wollen, dann müssen alle drei Makrosysteme auch gleichzeitig behandelt und gleichzeitig sozusagen unterstützt werden. Und ja, einfacher ist das nicht. Aber da ist verdammt die Naturmedizin bestens an. So bin ich ja auf die Idee gekommen, durch lange Gespräche im Bereich der pharmazeutischen Industrie, ohne Erfolg gewesen zu sein, das tat schon weh, gebe ich offen zu, habe ich dann auch den Weg beschritten, in den Naturstoffen, in den Vitalstoffen zu suchen, um dort Gespräche zu führen. Und ja, ich kann jetzt mit Fug und Recht sagen, mit Erfolg. Also dann ist das Ziel erreicht. Also gibt es da noch viel Potenzial, Luft nach oben? Es ist noch unglaublich viel Luft nach oben, aber ich glaube, dass der erste Schritt, wie das chinesische Sprichwort so schön sagt, in einem langen Marsch ist der erste Schritt das Wichtigste. Und den ersten Schritt, den haben wir gemacht. Wir haben ja ein Produkt geschaffen, was sich der Psycho- und Neuroimmunologie verschrieben hat. und alle drei Systeme gleichzeitig, ganz wichtiger Punkt, gleichzeitig sozusagen unter seine Obhut nimmt. Und das ist bislang einmalig, das ist der erste Schritt. Und da darf ich versprechen, es ist sicherlich nicht der letzte. Gut. Ich habe noch eine Frage zum Zusammenhang mit Angst. Im Moment sind Millionen von Menschen leben in Angst, alles Mögliche. Krankheit, Kriege, Hunger, Inflation, Klima und so weiter. Das spielt keine Rolle. Was passiert mit, also nicht nur mit allen dreien, mit der Psyche, mit dem Nervensystem, dem Immunsystem, wenn die Menschen in Angst leben? Wenn wir jetzt gelernt haben, dass die Psycho- und Neuroimmunologie im Prinzip das Konglomerat aus diesen drei Makrosystemen ist, dann ist die Angst eines der fast der schlimmsten Mechanismen oder fast der schlimmsten Wirkungen, die dieses System schwächen können. Und zwar alle drei Systeme. Angst kann das Immunsystem schwächen. Angst vor einer Krankheit kann Krankheit auslösen. Das ist etwas, was wir mittlerweile erlebt haben. Und ich habe ganz früh, schon im März 2020, einmal einen Satz geprägt, der dann viel und gern übernommen worden ist. Nicht ein Virus macht uns krank, sondern die Angst davor. Wie bringen wir die Angst weg? Das ist nicht mehr so wissenschaftlich. Das ist sehr wissenschaftlich. Das ist Gesellschaftspolitik. Da können wir gerne drüber sprechen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können natürlich, da hatten wir anfangs drüber gesprochen, Angst therapieren. Aber dann ist sie schon da. Dann müssen wir die Folgen der Angst therapieren. Ich denke schon, dass es gut ist und wichtig ist, mit Mechanismen, die wir schon lange, seit über 2000 Jahren in unserer Gesellschaft haben, darauf zurückzugreifen. Wir können Angst vermeiden oder mit der Angst leben und mit ihr umgehen können, indem wir einem Prinzip folgen. Und das heißt, fürchtet euch nicht. Das heißt, wenn ich erst gar nicht zulasse, dass Angst in mir entsteht, zum Beispiel durch Gottvertrauen, dadurch, dass ich Vertrauen in mich selbst habe, weil ich weiß, dass es jemanden gibt, der auch auf mich aufpasst. Und wenn wir das Wort Gottvertrauen einfach mal nehmen und uns die letzten zwei Jahre anschauen in unserer Gesellschaft, wann ist dieses Wort eigentlich noch mal gefallen? Haben wir es in den Nachrichten mal gehört, dass es Gottvertrauen geben soll? Haben wir gehört, dass es Nächstenliebe gibt? Haben wir gehört, dass es Versöhnung geben soll? Nein, wir haben gehört Spaltung. Und Spaltung erzeugt immer Angst, weil es einen tiefen Spalt erzeugt. Und vor tiefen Spalten haben wir Angst. Und ich denke, dass jeder von uns in der Lage ist, zum Beispiel durch das Studium der Bibel oder auch letztendlich durch das eigene Gottvertrauen mit Angst fertig zu werden. Und dann können wir diesen Sprung machen. Ohne Angst oder ohne Furcht. Ich denke, der Begriff Furcht ist in dem Sinn noch viel besser. Dem Beispiel zu folgen, fürchtet euch nicht. Sind wir in der Lage, Dinge zu tun, die wir bislang für unmöglich hielten? Und das möchte ich auch so unseren Zuhörern mitgeben. Überlegt euch mal, was ihr tun würdet, wenn ihr keine Angst hättet. Richtig. Die Welt würde anders aussehen. Machen wir das zum Abschluss dieser Videoserie über PNI, dass wir versuchen, ohne Angst zu leben. Dann haben wir gesunde Psyche, Nervensystem und Immunsystem. Vielen Dank, Stefan, dass du hier warst und wir uns über diese Wissenschaft unterhalten durften. Vielen Dank.